Wir können ja gleich versuchen, hinten West Wing. Okay, wir sind am Top-Spot-Resort, ne? Ja, na ja, ich würde jetzt nicht rein, ich würde vorbei, also mein Plan wäre jetzt vorbei, hinten West Wing rein. Ja. Du rennst zur Antenne. Ja. Dann machen wir uns wieder raus, rennen dann zur Wetterstation. Ja. Und können dann vielleicht später nochmal zurück und hoffen, dass einer aufgeschlossen hat. Okay. Oder was sagst du? Sveni, grüß dich. Das klingt nach dem Plan. Ja. Kann man doch machen. Ich würde auch ein Skepp kummeln. Das klingt nach oben, ne? Ja. Ganz hoch. Alles, Sveni, ich lese es gleich. Ich renne mal schnell dahin. Hm? Bin mutiger, meine Performance ist besser. Zudem habe den Rechner meiner Tochter, ah, okay. Ja, Werner, nicht mehr gemeldet. Ja, hier auch nicht mehr. Schade, ja, schade. Oh, vielleicht hat er irgendwie die Lust an Taco verloren. Ohne viel zu tun. Ohne viel zu tun. Und unterwegs kommt jetzt kein Panzer, oder? Doch. Wenn wir zur Wetterstation hingehen. Brauchst du Panzer? Mhm. Scrap Metal, ne? Naja, dann lass uns doch zurück hier. Beim Sniperfelsen war da ein Panzer, Alter. Ach so. Ja. Ja. So, warte, ich guck mal nach Scraps. Oh. Neh, mir nicht, nicht wegschießen. Okay. Ey, ich bin doch drauf, Alter. Ich war da auf seinem Holzschädel drauf, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Was hat er mir getan? Oh, er hat mich an Bruch verpasst. Ui. Wie ist denn das für Möglichkeiten, Junge? So, jetzt rechts rum, gleich da steht der Panzer. Okay, okay. Gucken wir nochmal hier zu dem Lkw. Wir gucken nochmal hier zu dem Lkw. Hier was. Hm. Schleich mich mal vor ins Gebüsch. Hm. Wie sie so vor sich hin plabbern, die Typen. Hm. Opatschki. Opatschki. Ja. Ein Typ. Macht man so, wenn man trotzdem rumsteht. Ja. Irgendwie muss man sich die Zeit vertreiben. Быstra. Wow. Pazan, gottob. War er nicht tot? Ne, er labert noch. Hä? Nö, ich hab ihm... Wir mussten zwei sein. Schlappst du hier rum? Ja. Du auch. Ne, du bist recht vor mir, glaub ich. Wun, 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 wun. Wer schießt denn dann noch? Ja. Au. Leg ihn um, leg ihn um, wenn du kannst. Okay. Er hat mich schwerst getroffen. Ja, habe ihn. Geil, danke. Boah. So ein Schein. Alter, der hat mir zugesetzt. Junge, Junge, Junge. Ei, 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 ei. Oh, mein Kopf ist weg. Ui. Ey, wieso? Ey, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Der Kopf ist rot, alter. Der ist nicht schwarz. Der ist rot. Ah, nee. Ich habe, ich habe meinen Kopf noch. Nee, gut. Er ist rot. Er ist plus. Er hat plus eine von die Münze gekriegt. Aber so habe ich das Gesicht noch nie gesehen. So ein roter Totenkopf irgendwie. Ja, das ist krass. Ja. Total U.P. Dieses Käse aus der Hölle. Alles rot. Ja, das stimmt. Boah. Ich bin tot. Nein. Ja, ich habe einen Headshot gekriegt. Aber war ein Spieler, 100%. Ja. War ein bisschen zu laut. Scheiße. Warum hast du ihn nicht versteckt? Warst du wieder rumgestanden? Nee, ich wollte gerade zu der Skeffleische gehen. Und dann hat er zwei gekriegt. Der spielt M856A1. Wenn er im Gebüsch bleibt, könnte er ja eventuell mal eine Leiche lupen können. Wie heißt er denn? Na, ich müsste ins Gebüsch zurückrauchen. Da war ich nicht. Ich war ja weiter unten, weißt du? Ich höre ihn auch nicht laufen. Der weiß, dass wir zu zweit waren. Er hat vielleicht eine Mosin gehört und fragt sich, wo ist die Mosin? Aber es hätte auch das Käffener Mosin schießen können. Ah ja, weiß nicht. Das waren ja drei Waffen, die ja abgefeuert wurden. Das stimmt auch. Was meinst du drüben vom Felsen, wo das Looting ist oder oben vom Ressort? Ich würde sagen vom Ressort. Okay. Und ich könnte nochmal versuchen, mich hier unten anzupirschen. Und dann weiß ich nicht mehr, ob ich dich sehe, aber... Was? Doch, was schießt hier? Okay. Ich warst den ganzen Tag auf Zollgelände. Da sind Skeps auch akkur. Die sind überall akkur, die Typen. Ich wusste gar nicht, dass ihr so intim seid. Gut. Gut, der blauer Helm in dem Busch. Ich habe mich jetzt zurückgeschlichen. Mhm. Ich denke mal, du solltest da oben irgendwo liegen. Mhm. Aber hier ist keiner. Ach, John. Kein Glück auf Wutz, kein Glück auf Schorlein. Naja. Also, wenn es ein bisschen zu weitläufig ist, glaube ich, eine Arschkarte. Mhm. Ja, ich mache mich aus dem Staub. Es ist halt doof. Also, auf diesen offenen Karten, also, wenn wir laut schießen, müssen wir dann auch irgendwie schnell muven, weil... Ja, das ist das. Wenn wir zu lange bergen sind, haben wir um die Spangen gerannt, hat man hier direkt gemerkt. Der wusste genau, wo der hinwollt. Mhm. Ja, naja, ich werde mich dann jetzt auch verabschieden. Oh, komm. Geh! 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 Das reizt natürlich schon! Ich glaub genau needs one fehlt noch. nochmal schnell ins dorf gucke oh jetzt habe ich mein sniper level fertig kann ich die quest auch abgeben ich gucke noch mal schnell ins dorf ja schon mann so kennt er nicht gar nicht sonst immer gut wir machen demnächst wieder turms da kriegst du wieder gute laune ja ich habe das jetzt noch nicht geludet und da unten läuft das Das ist ein Skechspiel. So, naja, das ist ja mal geil. Geil, am Exit den Skechspieler schossen, der mir noch gefehlt hat. Geil, geil, geil. Ja, genau jetzt gesehen. Geil. Perfekt. Oh, so Wahnsinn. Ein Happy End. Ja, das wäre schön, wenn du auch wieder... Oh Mann. Ja, das wäre schön, wenn du auch wieder... Ich wäre nicht so gut, dass du auch wieder... Ich wäre nicht so gut, aber...